Helden unserer Jugend, nächster Teil, diesmal Asbach-Uralt. So, du hast da jetzt ja auch schon mal einen ersten Blick drauf geworfen. Was ist deine Expertise? Also ich will noch mal was vorneweg schicken. Ich habe es ja in einer anderen Besprechung für den Düscher, der schon angesprochen. Also Asbach-Uralt gibt es in verschiedenen Qualitäten. Also wir haben einmal die klassische Asbach-Uralt. Das kennen wir alles, Rüdesame Kaffee oder Hütsche. Ich habe den Namen für Hütsche in Bayern und Baden-Württemberg vergessen, das heißt irgendwie anders. Hudler! Nein, 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 nein. Entschuldigung. Aber wie auch immer, es gibt outstanding Qualitäten von Asbach. Weil das Asbach bis heute versäumt, das zu exponieren. Es gibt einen ganz, ganz tollen Achtjährigen, den du in der Blindfehlkostung, das willst du niemals, niemals raten, dass es mit Asbach wäre. Der 15er ist ganz klassisch, wie es früher VSOP war. Also VSOP stand früher wie für 10- bis 15-jährige Jahrgänge. Und dann gibt es noch eine High-End-Qualität von Asbach als Standard. Es gibt ja auch immer so Sonderabfüllungen. 21 Jahre alt. Ey, Leute da draußen. Das ist eben geiles Zeug, wenn ihr das irgendwo seht, kauft es. Das kommt in eine Kristallkaraffe. Kostet so 90- bis 100 Euro. Aber ey, das ist es wert. Das ist ein 21 Jahre alter deutscher Weinband. Aber High-End. In der Nase ist er schon sehr fruchtbetont. Also der Asbach-Uhr ist jetzt sehr fruchtbetont. Also den, den wir jetzt hier am Start haben. Den wir jetzt hier am Start haben. Klassiker, den ihr halt kennt in der Kneipe. Hat auch eine gewisse Tiefe an Frucht. Aber insgesamt der Eindruck doch relativ wässrig. Da hat der Dürcher, den wir neulich aufgekostet haben, einfach viel mehr Tiefe, viel mehr Kante. Was sagt er doch nicht neulich, den haben wir gerade eben. Ja, das ist gerade vorhin. Ich habe es jetzt nur mal in weißer Voraussicht. Ich weiß ja nicht, ob der TH das jetzt in einem schickt oder in Abstand weise. Ach, das kann Monate dauern. Das macht ja keinen Stress. Aber Fakt ist, wir haben jetzt den direkten Vergleich. Okay, wir haben ungefähr von einer Nanosekunde den Dürcher, der probiert. Ganz ehrlich. Das Ding, der Aspach-Uhr kostet im Schnitt, im Verkaufspreis, liegst du da um die 12 bis 13 Euro. Der Ereignis ist hervorragend zum Kochen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der ganze geile Soße machen. Hier, Pfeffer-Rahm-Soße. Wegen der Fruchtigkeit. Ja, tippitoppi. Hast du genügend Strukturen, genügend Bums im Fonds, den du da rausholst. Mal ja, Grund haben wir ja schon mal ein paar Mal gesagt, vergiss das, damit kannst du gar nichts machen. Ich finde es leider ein paar Euro zu teuer für das, was er kann. Also in dieser Kategorie von Aspach, also wenn wir das vergleichen mit dem Dürcher, der ein bisschen billiger ist, oder Chantrée sogar, die sind nicht so weit ausgelandet. Und Dijardin hat normal, ob es drauf, was Würzigkeit angeht, ein bisschen mehr Geschmackskomplexität. Wenn ich dir da auch gerade mal in die Parade fahren darf, und zwar positiv, ich stimme dir absolut zu, der Dijardin hat einfach mehr Kontur. Also der Aspach ist gefällig, aber halt gefällig bis zur Wässrigkeit. Und das ist jetzt nicht unbedingt Grund zur Heiterkeit. Also ich sage jetzt mal, zwei Euro Wünsche wäre in Ordnung, dann können wir darüber sprechen, aber so eben nicht. Und wenn ihr Aspach trinkt, bitte, bitte macht euch das mal, mir einen Gefallen. Kauf mal einen Achtjährigen, das hat ja so ein paar Miete 20 Euro, Kaufmann 15 oder noch geiler 21. Diese drei Kategorien allein, das ist wirklich Aspach wert. Herr Aspach, was ja dazu gehört, ist ja Vorderwehr-Rückseite. Ich zitiere das erst mal ganz kurz. Oh, Himmel, das ist ja viel Text. Klar. Aspach-Uralt, Weinbrand gereift in Limousin, Eichenholz-Fächer, äh, Fächer, Fässer. Ja, also wir haben ja schon was gekocht. Wir haben schon gekocht ordentlich was. Achtung, jetzt kommt hier der Haupttext. Ich zitiere, Aspach-Uralt ist eine Komposition aus feinsten Destillaten und wird mit viel Erfahrung und besonderer Sorgfalt nach höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Die lange Lagerung in Eichenfässern im einzigartigen Fasslager am Fuße des Schwarzwaldes sowie die Vollendung der Cuvée in Rüdesheim am Rhein verleihen, ich weiß nicht, wie viel Rüdesheim es gibt, aber ich habe es deshalb nur betont, ich zitiere nochmal, sowie die Vollendung der Cuvée in Rüdesheim verleihen Aspach-Uralt, äh, nochmal neu, sowie die Vollendung der Cuvée in Rüdesheim verleihen Aspach-Uralt seinen einzigartigen und unverwechselbaren Geschmack. Rückseite, jetzt kommt die Vorderseite. Ich bin gespannt. Aspach-Uralt steht auch vorne drauf, ja? Ach. Echtes Handwerk aus unserer Weindestillerie in Rüdesheim am Rhein gegründet 1892 von Hugo ich glaube, der heißt Egon Aspach Hugo und Egos Aspach und außerdem das Original Oh, warte mal, da haben wir alle alle. Das Original gereift, aber das hatten wir ja gerade schon bla 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 Fatsch. Also, ich war ja eben gerade busy konsterniert, wo du gesagt hast, im Schwarzwald. Eh, was ist denn das? Das ist mir jetzt auch nicht ganz klar, warum die das dahin transferieren. Aber es ist zum Beispiel auch so, das weißt du ja vielleicht auch, Nordseekrappen. Ne, mach das Beispiel nicht, ihr Aspach-Brüder da draußen, das wollt ihr jetzt nicht hören. Also, wenn wir jetzt anfangen, mit dem Nordseekrappen-Nummer, ja, dass die wo ganz anders gepult werden, ja, und so weiter und so fort, das wollt ihr jetzt nicht hören, das, also, ihr Aspach-Bube und Mädchen da draußen, bitte, bitte, lage das wieder in Rüdesheim. und dann könnt ihr auch die Gewebe da auch noch machen, macht ihr ja angeblich sowieso da vor Ort, ja, aber bitte, was hat ein Aspach im Schwarzwald zu tun? Ich bin konzerniert, ich verabschiede mich jetzt von dir. Und ich möchte nur anmerken, was haben Nordseekrappe in Marokko zu tun.